Laut meines taktischen Computers ist es genau der richtige Zeitpunkt zum Angreifen. Ich bin sicher, dass ich endlich meine Programmierung erfülle. Hallo, ja. Oh Mann, es gibt's doch nicht. Die geht mir auf die Nerven, beziehungsweise er geht mir auf die Nerven als sie. So, jetzt schon wieder der Schattenwächter. Ja, der kann ja überhaupt nichts. So, bekommst du Schaden dadurch? Ne, leider nicht, aber es laggt ziemlich. Hi, Cota. Ähm, ja. Wir kämpfen jetzt gerade gegen Proxy. Wie gesagt, es fehlt dir jetzt doch nichts, zum Glück. Weil er jetzt seine Programmierung erfüllen will. Die ja ist, uns zu töten. Och Mann. Hör mal auf, dein Lichtscher zu werfen. Ich kann das nämlich auch. Und darauf abzuwehren und alles. Ja, kann ich dich dann mit Machtless? Hä? Ah, jetzt endlich wieder. So. Hauptsache, er holt sich keinen, ähm, Kast an. Ja gut, Sharktisch, kein Problem. Natürlich hat er das. So. Aber ich glaube, wir kommen hier gerade ganz gut gegen ihn an. Abschalten, Proxy. In dir steckt niemand, den ich nicht schon besiegt habe. Unterschätzen Sie mich nicht, Master. Ein Modul kennen Sie noch nicht. Ein Feind, den ich mir lange aufruhe. Ja, sehr schön. Kampf gegen Darth Maul. Natürlich auch immer gerne... Wo stehe ich da? Ach, egal. Natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Wir haben damit, denke ich, auch einen Zwischenspeicher erreicht. Und, ähm, 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 ja, jetzt. Damit, ähm, natürlich... Au. Ja, wir haben den Zwischenspeicher erreicht. Und der hat wieder volle Leben. Fällt mir gerade auf. Gute Treffer. So. Hm, wenn ich mich recht entsinne, sogar die, äh, Originalmusik von dem Kampf gegen Darth Maul. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Obwohl doch, müsste es eigentlich sein. Au. Okay. Kann ich nicht abwehren. Oh, ich erwische ihn nicht. Nee, geht... Ich weiß... Ich weiß aber gerade nicht ganz, wieso. Ich glaube, ich muss hier mit Rückstoß arbeiten. Ja, klappt besser. Au. Okay, das fährt er ab. Warum auch immer. Wer das kann. Das hat er... Ja, schnetzl mich halt zu Tode. Ich hoffe, es war ein Zwischenspeicher. Na, okay, das ist Shark-T war ein Zwischenspeicher. Warum auch immer. Das verstehe ich jetzt, wer will. Na gut, aber Shark-T war ja kein Problem. Oh Gott. Das hatte ich ja auch schon ewig nicht mehr. Das schreckt mich immer wieder, wenn ich das sehe. So, ja, dann macht das auch nichts mehr großartiges. Sondern es kommt gleich die... Genau. Abschalten, Proxy. In dir steckt niemand, den ich nicht schon besiegt habe. Unterschätzen Sie mich nicht, Master. Ein Modul kennen Sie noch nicht. Ein Feind, den ich mir lange aufhob. Ich verstehe trotzdem nicht, wieso danach nicht, dass der Zwischenspeicher kommt. Naja. Damit wir den Ballen weghauen können und jetzt... Oh, ist das sogar... Damit... Au, 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 au... Ja, mhm, natürlich. Fast so schlimm wie die Philociane, würde ich sagen. Aber nur fast. Oh. So. Oh Gott. Macht dann... Danke. So. Oh, ich brauch dringend wieder Machtenergie. Sehe ich gerade. Und ich mach ihm halt überhaupt keinen Schaden. Oh, verdammt nochmal. So. Dann ist wahrscheinlich bei seinen halben Leben auch wieder ein Zwischenspeicher. Könnte ich mir zumindest nicht anderes vorstellen. So. So. Oh Gott, verdammt. Oh Mann. Und kein Zwischenspeicher. Das ist schwerer als ich ihn in Erinnerung hatte. Ganz ehrlich. So. Das ist... ...wieder extrem einfach. So. Ja. Ja. Ausgezeichneter Angriff, Master. Ach so. Genau. Abschalten, Proxy. In dir steckt niemand, den ich nicht schon besiegt habe. Unterschätzen Sie mich nicht, Master. Nur du erkennen Sie noch nicht. Ein Feind, den ich mir lange aufruhe. So, ja, hat auch lang genug gedauert wieder. Oh. Okay, der agiert so. Auch nicht nett. Das war doch ein paar schöne Treffer. Das noch hinterher und da noch mal ein bisschen. Und jetzt wieder auf Verteidigung gehen. Okay, ich kann sein komplettes Geschnetzel... ...ähm... ...abwehren. Sehr schön. Es läuft richtig gut gerade eben. Dazu die ganze Zeit die Aura, die er abbekommt. Hm. Eigentlich falsches Ding. Ja, vor allem, weil es jetzt wieder weg ist. So. Ich kann nicht auf ihn mit Kollisionskuss gehen. Das läuft ja... ...Gefahr darauf. Dreiviertel Leben. Ich kann es wirklich nicht riskieren. Nee. Das war dumm. Ich habe so gut Schaden gemacht. Auf Abstand halten. Ja. Hi, Shark T. Ja. Natürlich. So. Und mal wieder weg. Und jetzt dann gleich weg. Wieso? Wieso muss sie da drin landen? Na toll. Sie wirken abgelenkt. Wie tue ich das? Naja. So. Abscheiden, Proxy. In dir steckt niemand, den ich nicht schon besiegt habe. Unterschätzen Sie mich nicht, Master. Ein Modul kennen Sie noch nicht. Also langsam was blöd, muss man zugeben. So lange aufrufen. Ah, verdammt. Nein, nicht angreifen. Ach, das war auch wieder so dämlich, ganz ehrlich. Was tue ich denn hier? Ich bin tatsächlich abgelenkt. So, okay. Ich kann den größten Schaden... Nein, nicht. Ja, genau, 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 genau. Und jetzt so. Sehr schön und weg. Au. Ja, Stromleitung. Okay. Nein, ungut. Ach, Mann. Scheiß Blitzschild. Ja, und während ich keine Macht habe, kann ich schon mal nicht abwehren. Okay. Kirsten auf ihn werfen bringt mir jetzt eigentlich allzu viel. Das Ende tödlich für mich, wenn ich das abbekomme. So. So, das hat wieder guten Schaden gemacht. Hier kriege ich ihn durch. Seine Abwehr ist nicht die beste. Dafür ist er einen Angriff vorhanden. Ja, so. Und nach der Kombo kann man ihn gut verlassen. Oh nein, hört doch auf damit. So was finde ich jetzt nicht gerade fair. Ähm, hier noch hinten. Ja, er will sie wieder machen, denke ich. Da wolltest du gerade machen. Jetzt ganz schnell. Schutzschild, bitte. Bitte mach deinen. Danke. Heulige Verdammt. Jetzt könnte der angesprochene Zwischenspeicher eigentlich mal kommen. So. Ah, ich glaube zu spät. Und nochmal. Oh Mann. Da kommt kein Zwischenspeicher mehr. Ja.